Ja, das ist der Amos, den der Stefan gerade auf dem Arm hat. Süß, der sieht aus wie so ein Stofftier, gell? Ja. Fotoshooting ging auch ganz gut. Genau. Da drüben sind die Geschwister, ich glaube, der läuft da jetzt gleich hin. Ach, danke. Oh ja, Schnee, aber du bist jetzt schöner, aber dich erkennt man gerade, weil du jetzt ein Halstuch anrast, Amos. Vielen Dank für dieses tolle Shooting. Du bist Anfang November geboren, mit drei Monaten und dann kommt die Tollwut-Impfung und dann kannst du in dein neues Zuhause umziehen. Schau nochmal her. Gut macht dir das, gell? Amos sucht ein Zuhause.